jetzt ist ja sie hört dich sie braucht wahrscheinlich einmal voll wasser sie kommt von hast du wasser dabei ja sie hat einmal was damit du brauchst zwei einmal mit sechs hier und ein bisschen wasser stefanie warte 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 macht ein wasser in eine ecke doch in das noch genau und das andere den anderen einmal machst du in die gegenüberliegende ecke dahinten und dann kannst du dir von der ecke und von der ecke die ganze zeit wasser nehmen unendlich und dann kannst du deinen see mit vollstopfen stefanie und da kannst du deinen sehen mit vollstopfen stefanie so da kommen diamanten zum einsatz jetzt der semtex bruch sand diamanten axt am start ich auch richtig sein stefan ich brauche nicht nur fünf stücke sand ich brauche richtig sand deine mama ist ganz viel sand der baum wächst mir voll ins gesicht er tritt mir ins gesicht so das reicht glaube ich mehr brauche ich nicht komm weil wir sind die bäume hat nicht dann gleich wieder aber erst mal ich habe nur vier diamanten ich habe zwei da haben wir beide drei und dann können wir uns beide eine spitzhack geworden ich habe schon mein ganzes werkzeug aus diamanten siehst du da kannst du noch zwei abgeben ja 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 holz borisch als habe ich nie zack zack der baum den wir gebaut hast jetzt voll im weg ja haha semtex ist allmächtig warum was was hast du eigentlich ist ich habe einen pc dorf gefunden für ein plünderer ist ich baue mir hier gerade meinen bett bereiten aber auch noch nicht mal ein bett warte schön ach ich hab fäden aus fäden kann ich wolle machen und aus wolle kann ich ein bett machen alles klar problem gelöst ich habe ein bett ja wer ein bisschen mitdenken kann ich glaube hat klar gewonnen so was will ich denn heute an meinem haus rum basteln das ist ja etwas wollte ich machen jetzt mal eine kleine frage ne eine kleine ja ich habe das mpc-dorf gefunden was wir vergewaltigt haben ja was ist damit ja ich dachte ich habe neues gefunden okay und es ist schon alles weg und war jetzt gerade die frage also ich habe keine frage gehört ich auch nicht die frage war ähm haben wir schon ein mpc-dorf geplündert aber die hatte sicher nicht als ich es gesehen habe ich glaube nicht ne ich glaube wir haben noch keinen gewundert nächste frage braucht jemand zucker ja weil ich bin hier gerade irgendwie sind locker 20 stück zucker oder so du darfst gerne was mitbringen ja dann können wir sich hier mal ein bisschen anfangen zwei cheeseburger 20 Nuggets und ich krieg dir das geld dann später ich bin bei ihm an mcdrive ne ich hole ihm zucker wie ist denn der chicken course so bei dir gerade der chicken course ja ja sobald wir unsere wurfmaschine haben ist der ist der kurs im keller für hühnchen aber noch gibt es qualitätshühnchen zu sonderpreisen oh 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 ich hätte gern drei kilo ach ficken jetzt regnet es oder was ich habe gerade mein dach kaputt gemacht ja jetzt leckt es so schön wobei wir uns nicht so viele flüssig regnet schön rein es wird so schön gelegt wenn es geregelt hat auch jemand Tintenbeutel nö da kommt heaven schreibt mir ja schreibt so ein Jahr Tintenbeutel natürlich Tintenbeutel Tinten oh er braucht die mal nicht ich habe ich habe einen wie viele brauchst du einen gut bring ich den mit ich glaube ich baue mir mal einen Keller mit einem eigenen Wald im Keller drin ne ein Fäller ein Fäller ein Waldkeller äh ein Keller genau Porky ich habe hier voll die Schweinefarm gefunden hier sind doch gerade 15 Schweine bringen wir ein paar mit die bringe ich nicht mit die bringe ich in Stücke mit die bringe ich in Stücken mit eins brauche ich dann auf jeden Fall für meinen Ritt ich baue mein Haus schöner und ich suche immer noch scheiß Sand meine Fresse normalerweise wenn wir in irgendeiner Welt spiele ist direkt nebenan eine fette Wüste und jetzt ist hier nebenan keine fette Wüste ich meine nur ich braue Holz achso ich habe hier gerade was abgehackt ich vergaß ich ich habe kein Holz warum sagst du das jetzt? wirst du dann im Video sehen ich habe glaube ich hier gerade eine Million Holzstücke eingesammelt man ich hasse Regen Regen ist scheiße wir wollen ja ohne Befehle spielen also richtig hier du hast doch eine Diamantenhacke wa? gleich dir nicht nein wer fällt dir in die Lava werde ich doch gar nicht haben natürlich nicht ähm geh mal Obsidian abbauen nein ich brauche ein Obsidian ich habe aber gerade anderes zu tun dieser Part soll meinem Haus gewidmet werden das Höllenportal können wir ja noch machen wie aber jetzt schon ein Höllenportal bauen? irgendwann ich brauche Klaus bauen weil es ist ein bisschen früh für ein Höllenportal Klaus-Stone brauch ich auch für eine Deckenbeleuchtung in deinem Haus genau alles mit Fackeln, Stocken, Du's da ich glaube die Höhe reicht boah es donnert Leute ahhh Blitz ahhh still ins Haus die Wiese brennt ey die hat eben wirklich gebrannt also bei der letzten Aufnahme ich war ja eben in der Höhle ich wusste es nicht hat nur keiner gesehen gell? ich wollte schon die Feuerwehr rufen aber dann hab ich mir ein Heimer gegeben und hab selber ausgemacht aus meiner kleinen Bruchbude wird es jetzt ein bisschen größer redstone irgendwas fackelt hier ja die Wiese brennt tatsächlich wo bei mir neben am Haus kann man ja im Video es geht nicht aus nein naja du musst den ganzen Block abbauen so ein Scheiß ey wie viel redstone hier ist meine Fresse jetzt glaube ich ihm crazy es hat echt gebrannt ja wie viel weizen aus dauert noch ich habe hier gerade ich habe hier gerade 66 redstone gefunden sehr schön es ist meins ich habe noch was knapp und 40 in meiner Kiste drin ich weiß gar nicht was ich mit so viel redstone machen soll kann es mir geben ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas mit redstone gefunden wir wollen doch wir wollen doch so eine Hühnerfarm basteln dann brauchen wir redstone naja aber nicht so viel redstone für diese Farm doch wir müssen es ja weg verkabeln da braucht man aber nicht so viel man braucht hauptsächlich Holz obwohl man braucht gar nichts eigentlich man kann es aus allem machen ich habe kein Holz mehr leck mich am Zipfel ich muss holzhaken gehen es regnet draußen willst du nicht erwähnen dass der Fusion heute nicht am Mann ist? Fusion ist heute nicht dabei ne ey da brennts wo Feuerwehr Feuerwehr Soap macht das schon ja jetzt habe ich 124 redstone jo übertreibst du das reicht glaube ich erstmal ich habe gerade wieder fast an 60 geworden Pitbull wolltest du einen Tittenbeutel jetzt haben? ja soll ich mal reinspringen Steffi? warum verstehe ich als Tittenbeutel Tittenbeutel naja Tittenbeutel boah ich habe so viele Setzlinge jetzt damit kann ich einen ganzen Wald bauen ernsthaft? nö ja doch ich habe ja doch ich habe viele ähm Setzlinge aber das reicht noch nicht für den Wald ein bisschen Regen schadet ja nicht eben wir sind ja nicht aus Zucker richtig apropos Zucker wo ist denn das? ich habe 15 Stück dann gib mal was ich will 14 ich will 14 ne es reicht doch 1 oder 2 ja dann kriegt jetzt jeder 2 Zucker einmal hier versammeln bei mir im Haus und verteid ich Zucker wo ist dein Haus? wo ist dein Haus? warte crazy ich schmeiß jetzt mal eben zu hier ist ein Gockel da wo ist das? wo ist der Striche? warte mal hell wenn kriegt auch seine 2 Stück Zucker oh der Mr. Creep Major hallo Mr. Creep Major wo ist er bitte? ich leg's dir ins Haus wo ist er? ja hier brennt sie echt ey ich blitzte ihm mal Feuer wo die Feuerwehr kommt wo 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 da 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 wo wo hinter deinem Haus schon wieder hinter meinem Haus nächstes Mal ist es dein Haus ich seh nix ich seh nix da brennt ihn h 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 nehm ich auch mit so wenn wenn ich zwei Tiere von jeder Sorte habe dann könnt ihr töten was ich auch Leute aber zwei Tiere brauche ich also zwei Schweine zwei Hühner und zwei Schafe die Kühe die und zwei Kühe was ist das denn hier eigentlich Kühe machen Milch das ist meins da darfst du noch nicht rein ok das ist noch geheim da hab ich mich verlaufen gerade das wird ein Casino ein Casino genau das wird ein Stripclub ein Stripclub sogar ja wir stellen hier mal Samtex dann rein und dann tanzt du auch selber? nein du tanzt mit Samtex, für uns muss die auch da sein wuuu ich hätte keine Dauerkarte schon vorbestellt du kriegst ne Dauerkarte am Stangenplatz wuuu ach ne da muss ich ja arbeiten wuuu ach ne ne danke ich fehle irgendwie grad beim Hausbau ich brauche ne Spitzsackle hab ich nicht hab ich nicht hab zu lieben hab zu lieben ok wie macht man sich so rote Farbe und so in den Gläsern Farbstoff ähm aus Blumen oder? es war auch noch Blumen oder? ja roten Farbstoff machst du aus diesen Rosen genau gelben aus ähm Bibi und wie geht das? einfach ähm musst du einfach nur wie jetzt wenn du Holz kaputt machst genau ich brauche nen See ey ich will angeln boah hier hat sich der Bobbara vorgenommen der will ich aber ne Villa bauen hier wer ist? Kollege ja der hat sich mal vorgenommen hier sogar schon ne Mine gebaut kann ich in so nem komischen Kacksee auch angeln? ne oder? kann es ja versuchen wie angelt man eigentlich? mit ne Angel morgens hab mit ne Angel ja hab ich ja aber ähm ich schmeiß das Ding da rein und was mach ich dann? warten bis es anleift ja und wenn es sich bewegt musst du es glaub ich ranziehen und dann ist meistens ein Fisch dabei aber nur manchmal oah Autsch damn oah zu weit gegangen oah zu weit gegangen die Angel ist zu weit gegangen lecky leck 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 ich hasse Regen wann hörts denn auf? wenn du schräg schräg besseres Wetter eingibst besseres Wetter schräg schräg no more England ja und wo ist jetzt der Fisch? das hat gewackelt und ich hab rechtsklick gedrückt ich will Fisch haben ich will so ne Miesekatze haben ja richtig kann man auf der Reiten? nein kann man nur auf Schweine reiten? ja wieso nicht auf Kühen? weiß ich auch nicht oder auf Pferden ja Pferd wär mal cool nein so Leute ihr wisst Bescheid mein Haus wird das beste Haus nach meinem wir müssen danach die Zuschauer entscheiden lassen wer das besser raus hatte also am Schluss sowas die sagen aus Schleimgründen sowieso die ne sagen die nicht ich hab glaub ich ja ich wollt grad sagen ich hab mehr Crazy Fans grad bei mir als sonst jawoll Crazyfans grad bei mir als sonst jawoll Crazyfans so so falls irgendeiner wegen mir hier ist dann dafür bitte was in die Kommentare schreiben ey Manu ich angel nicht dann bist du scheiße du musst morgens angeln dabei ist die Fische besser morgens du musst ein Ei essen nach dem Kaffee muss ich mich nicht zuerst mit dem Creeper schlagen? ne du musst mit dem Creeper um die Wette furzen ne du musst ein Spinnenauge essen das klingt Glück das klingt Glück aber nur wenn du Diamantenausgestung dabei hast ja ja ich hab meinen ersten Fisch geanget oh geil Kriegenstück du kennst die Regel oder? der erste Fisch ist mir pssst der Erstgeborene ist mir ah ficken warte geht ab Schweini guck dir den Fisch an Junge ja da staunst du ne ne ist meiner Junge ist meiner ja ich bin ein Popopirat Stefan die brauchst du Cleanstorm? ne man hört es denn endlich auf zu regnen was denn jetzt wenn wir schlafen gehen wie viel ungefähr? ich kann schlafen gehen ich kann auch schlafen gehen lass mal schlafen gehen Leute wie viel schon lass mal schlafen gehen ich hab kein ich hab kein Brat ich hab kein Einer kann sich mit zu mir legen. Puh, ich bin auf dem Weg. Hat schon aufgehört, Leute. Kein Stress, okay. Plus kein Stress. Du kannst zaubern. Jeremy, brauchst du jetzt Cleanstone oder nicht? Hallo. Wie viel? Reicht das erstmal? Alter. Geht. Das ist ein knapp 100 Cleanstone. Das muss ja erstmal ein bisschen mit hinkommen, oder? Und kannst du bitte aufhören, die Kohle aus meinem Herd zu klauen, wer auch immer das gewesen ist? Abgebaut? Du hast meine Kohle nicht abgebaut, du hast ihn aus dem Herd rausgenommen. Na, guck, ob mein Weizen fertig ist, damit ich auch Brot machen kann. Wieso hast du meine Sachen abgebaut? Okay, und wo sind die Sachen, die da drin waren? Die sind in meinen Kisten. Ah, okay. Leck mich doch am Arsch. Wieso geht das denn nicht? Mann, keine, keine Geburtstag. So. Oh, ich merk schon, da braucht noch einiges an Holz. Was baust du, wenn du deine Bude oder was? Ja, dieser Part ist nur für mein Haus bestimmt. Ich glaube, wir wollen ein bisschen was anderes sehen als Höhle. Ja. Ich glaube, ich war drei Parts nur in der Höhle, gell? Ja. So bitte. Hast du den Zucker und den Tintenbeutel gefunden? Nee. So, aber dann besamen wir mal den Boden. Wo hast du denn das hingetan? In deinem Haus. In die Truhe, oder was? Nee, einfach so. Ja, das verschwindet nach einer Zeit, das weißt du, gell? Da kriegst du neun Zucker. Ich hab fünf Minuten, glaube ich, oder? Ich hab nichts gefunden. Ich kriegst neun Zucker. Ich war schon dreimal zu Hause. Hättest du in die Truhe reintun können. Klauen darf man nicht, aber reintun darf man immer. Ja. Außer Scheiße.